In diesem Video teste ich den Protein Snapchocolate von Nanue. Es sind zwei Protein-Knusperwaffeln mit einer Schokocreme-Erfüllung, komplett ohne Zucker. Optisch sieht man erstmal überhaupt keinen Unterschied. Dieser Knusperriegel sieht genauso aus wie eine gewöhnliche Süßigkeit. Unter der Schokolade befinden sich im Wechsel sehr knusprige Waffelschichten sowie die Schokocreme und ich finde, dass der gesamte Riegel schon richtig lecker nach Vollmilchschokolade duftet. Bei einer Blindverkostung würde ich persönlich niemals auf die Idee kommen, dass es sich hier um einen Proteinsnack handelt, der null Zucker beinhaltet, da er sehr lecker nach Schokolade schmeckt. Das einzige, was man eventuell bemerken könnte, ist, dass er nicht so extrem süß ist. Mir persönlich gefällt das richtig gut und er ist auch schön crunchy. Für einen Süßigkeitenersatz ist hier auf jeden Fall gesorgt. Wer gerne diese Kombination aus Schoko und Waffeln mag und einen etwas zuckerärmeren Snack bevorzugt, der ist bei diesem Riegel komplett richtig. Wer gerne diese Kombination aus Schoko und Waffeln mag. Wer gerne diese Kombination aus Schoko und Waffeln mag. Ich nehme diese Kombination aus Schoko und Waffeln mag. Ich nehme diese Kombination aus Schoko.